Ich war 16, als ich Hugo kennenlernte. Hugo kam häufig in unser Haus und flirtete die ganze Zeit mit meiner Schwester Ida. Aber ich war mir absolut sicher, dass er mich heimlich liebte. Ich hab ihn! Hugo, ich hab ihn! Nach 50 Jahren kehrt Hugo nun zu mir zurück. Guten Tag, Charlotte. Es gibt dann noch einiges zu klären. Das ist ja ziemlich bedrohlich, ja. Es kommt mir wieder so viel in den Sinn. Hugo, wer ist denn nun deine Außerwählte? Na, das bin ich! Es gibt so viel zu erzählen. Wir haben ein Verhältnis, ich liebe ihn. Ida ist deine Schwester und sie ist mit Hugo verheiratet. Und es wurde so viel falsch gemacht. Du siehst sehr hübsch aus. Danke. Es gibt so viele Geheimnisse. Alles in Ordnung mit Bernhard? Wir sind sehr glücklich. Hugo soll ein Verhältnis mit einer Arbeitskollegin kommen. Die nun gelüftet werden müssen. Er stand in der Tür wie ein Gespenst. Kommt zu mir. Dann wollte er mit mir schlafen. Ich... Oh mein Gott, ich hab ihn umgebracht! Ich möchte bitte gerne mit Bernhard besuchen. Bernhard ist tot. Das ist unmöglich, Frau Schwab. Das muss eine Verwechslung sein. Was ist denn das? Das geht dich überhaupt nichts an. Hättest du etwas dagegen, wenn ich dich küsse? Mit oder ohne Gebiss? Oh! Manchmal braucht man ein ganzes Leben, um fünf Minuten glücklich zu sein. Kalt ist der Abendrauch. Das ist eine Verkaufung. Das ist ein Verkaufung. Der Abendrauch. Das ist ein Verkaufung. Untertitelung des ZDF, 2020